und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu prisonarchitekt ja endlich geht es mal wieder weiter hier und zur feier des tages mache ich mir gleich mal ein malzbier auf willst du jetzt auch mal oder was geht doch so prost da draußen so gehört sich das ja ich habe endlich mal wieder zeit gefunden und wurde auch ja es wurde auch mal wieder zeit ich hatte euch ja gesagt ich werde das hier unten schon mal füllen und euch dann zeigen und wie ihr seht ganz perfekt ist es noch nicht ich sollte vielleicht noch ein paar abflüsse hinzufügen hier an die türen und dann sage ich euch gleich welche änderungen ich den jetzt insgesamt gesehen vorgenommen habe ich mache einfach mal jede tür eine ran fertig so also erstmal hier ein bisschen rumschauen das sollten eigentlich familienzellen sein deswegen sind da auch gitterbetten drin das hat leider nicht funktioniert familienzellen müssen vier mal vier groß sein deswegen sind nur die beiden hier familienzellen geworden alles andere sind dann normale zellen geht halt ja das gitterbett ist jetzt als kleine strafe da das ist das was die frauen hätten haben können also ein kind baby wie auch immer wenn sie nicht im knast sitzen würden dann haben wir noch ein paar standard zellen die hier drüben noch sind und das sind dann so die ja die bestrafungszellen da gibt es echt nur ein klon duschkopf und bett das war's dann haben wir werkstatt kantine ist alles fertig ist alles gemacht und das ist unsere kirche oder die neue die neue kirche wir haben ja schon ein paar oder kapelle oder wie auch immer paar büro büros noch mit dazu dann könnt ihr sehen ich habe aufgestockt auf 300 wachen und insgesamt aufs personal zu schauen die bewaffneten wachen sind jetzt voll 45 ärzte 270 köche und 100 arbeiter die 100 arbeiter habe ich direkt ja nach der aufnahme sozusagen eingestellt habe ich auf 100 aufgestockt weil mir das mit dem geld dann doch egal war ich sage euch krieg immer noch gewinnen also wir machen immer noch gewinnen aber trotzdem könnt ihr sehen ich glaube es sind jetzt insgesamt 14 tage vergangen oder so bis sie das hier gefüllt haben also das ist echt aber ja warum habe ich mir ein malzbier geholt ich wollte mal dass ihr seht oder dass sie mal wieder mitgericht dass ja malzbier unser dlc stammgetränk ist und in den letzten paar videos haben wir das nicht so häufig hervorgehoben da wenn ich so viel zusammen aufgenommen haben also beieinander wir machen das ja immer in der lahn dass wir dann halt malzbier dabei haben deswegen habe ich mir gedacht heute könnte ich mir das dann auch gleich noch mal einen schluck genehmigt dann hier drüben einmal mit dem einsatz schauen könnt ihr sehen ich habe hier so eine rundherum linie gezogen auch das kennt ihr auch das haben wir schon hundertmal gemacht ich wollte halt nur mal zeigen wie es jetzt aussieht ein paar bewaffnete wachen noch dazu hundestaffeln fehlen noch die können wir mal schnell hinzufügen hier unten noch einen hin dann haben wir drei stück die hier so im kreis laufen und vielleicht noch einen der hier hin und her rennt die kantine selbst ist diesmal unbesetzt mal schauen aber wie versprochen ich habe es zwischendurch laufen lassen die aufnahme es ist aber nichts passiert also es ist keine ausbrüche keine bei der razzia wurde nichts gefunden aus ein paar waffen und so weiter und so fort also das war jetzt echt nichts was irgendwie gefunden wurde was ich jetzt noch mal mache ich stocke auf 50 150 arbeiter auf weil ich würde gerne weiter bauen und das dann aber mit euch zusammen weil ich lasse das ding nicht noch mal ein paar stunden laufen und guck halt dabei doof zu so viel zeit haben wir dann doch nicht und irgendwann würde ich das ja auch gerne mal fertig kriegen und die wachen die die arbeiter kann ich ja nachher noch mal feuern dann gehen wir schnell in die versorgung leckt halt wie sau sind jetzt runter auf sechs bilder könnt ihr sehen ich habe schon ein bisschen wasser gezogen strom gezogen und hier auch eine verbindung geschaffen einen kleinen haufen da soll nämlich das ruckelt ja wie sau da soll nämlich hier die verbindung hin die tunnel anzeige stimmt immer noch nicht dass ja haben sie immer noch nicht hinbekommen schauen objekte ich muss einmal den finger drauf halten dann machen wir doch einfach mal keramik fliesen hin und jetzt muss ich wieder auf die versorgung gehen kann sogar noch mehr okay keramik keramik wo haben wir das muss ich das ist keramik so waren das jetzt drei oder vier natürlich habe ich jetzt ein zu viel gemacht da sollte so das dürfte jetzt passen und tunnel dürfte eigentlich wirklich nicht sein ne ist immer auch dasselbe ich habe gerade extra noch eine razzia gemacht bevor die aufnahme gestartet ist wurde nichts gefunden kein tunnel gar nichts und ich habe es beim schlafen habe ich mit angefangen aber mit 300 wachen dauert das trotzdem ewig also das ist einfach nicht machbar äh nehmen wir ziegelwände ja ich würde sagen wir nehmen ziegelwände oder ach warte da fällt mir auf hier einzelhaft fehlt hier ja noch extra alles vorbereitet und noch nicht eingezogen ja was ist bei mir passiert in letzter zeit ich kann euch erzählen ich war mit der arbeit los und wir haben paintball gespielt alter schwede ist das geil also macht echt richtig richtig laune dafür tun mir jetzt die oberschenkel weh und das auch nicht zu wenig aber mein gott hat sich gelohnt also auf jeden fall kann ich jedem nur empfehlen macht super viel spaß aber jetzt kommt's ich kann jedem auch nur empfehlen zieht euch mehr als ein paar hosen an also wir hatten natürlich hier so ein bundeswehr overworld aber das ist halt trotzdem nicht ja niemals niemals ausreichend also habe ich jetzt ein zwei blaue flecken am knie aber das ist dann so dafür habe ich mich jetzt hier natürlich auch für das gefängnis vorbereitet ich habe auf die große gefängnistür gedrückt die darfst du dann auch gerne mal nehmen so und da soll jetzt eine schlafsaal variante rein er braucht einfach so lange um das durchzuladen hier aber ich hoffe mit den 150 arbeitern dass das dann ganz gut läuft was ich noch sagen kann ich werde jetzt die nächsten paar folgen am stück aufnehmen also falls ihr fragen und so weiter habt werde ich die natürlich beantworten so wie vorher auch aber oder irgendwas dazu habt aber viel einfluss habt ihr jetzt nicht mehr ich muss die nächsten partner aufnahmen am stück machen weil letztes wochenende war halt paintball nächstes wochenende ist weihnachtsfeier und wenn ich am samstag dann noch los bin das wird nichts also das wird nichts jetzt töten die schon wieder leute in der in der kapelle warum ist der jetzt getötet worden na jetzt kann ich ihn wieder nicht ansehen naja kriegen wir schon hin was haben wir noch ja wir sind halt nebenbei auch noch dran und versuchen so ein bisschen die weihnachtsvorbereitung zu machen vielleicht ein special raus zu hauen oder so mal schauen was uns noch alles so ja zufällt was uns so alles einfällt was wir da noch so alles als ideen haben ideen sind genug da man muss es halt nur umsetzen können jetzt will ich hier erstmal ein paar etagen betten rein knallen und ja das hier wird voll ich gehe davon aus dass die kantine oben total überlastet sein wird aber das ist mir egal ich hätte gern noch die 1000 voll und ich bin auch am überlegen ob ich nicht noch bei den anderen zellen ich glaube das könnte ich mal machen bei den anderen zellen noch ein bisschen nach rüste machen wir doch einfach mal hier so die können ja von beiden seiten rein die zelle wird ein bisschen nachgerüstet und der sind schon genug hier könnte ich noch ein bisschen nachrüsten aber halt wirklich nur ein bisschen muss lang und hier oben die ist sowieso schon zu voll aber hier können wir auch noch ohne dann können wir ein paar nur schwer verbrecher machen wenn die hier immer beim schlafen bisschen billiard spielen nein das sollte nicht da soll sie wenn ihr nebenbei ein auge auf das gehalt habt oder das geld was wir haben den kontostand na jetzt schon wieder dann seht ihr dass wir immer noch einnahmen haben trotz dass wir minus 26.000 haben ey also ganz ehrlich das ist mir jetzt zu doof hier zack zack wir haben ja ein paar wachen übrig da oben kloppen die sich regelmäßig aber das liegt wahrscheinlich auch daran weil es halt die schwer verbrecher sind die hier rüber gehen post stapelt sich on mass da wird sowieso nicht mehr gearbeitet was machst du da wache wache macht gar nichts ok die wache macht auch nichts läuft also läuft alles wunderbar hier unten haben wir auch wieder eine neue werkstatt die habe ich einfach nur eingefügt damit die leute auch was zu tun haben der putzmittelraum wird sowieso nicht gefüllt also der ist so proppenvoll ich hoffe da werden noch ein paar leute anfangen wenn wir jetzt hier auf logistik gehen also es sollen 20 leute da arbeiten die frage ist ob die auch alle da rankommen und der laden also der laden macht immer noch mal und das ich glaube das liegt ein bisschen daran dass das hier bis rüber geht hier bis für die wand kann man ja eigentlich mal schauen da habe ich den laden so so na komm das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen oder ist das jetzt immer noch mit der logistik so wird immer noch als ganz normal angezeigt also dass das hier so über die wand rüber geht finde ich halt total ätzend weiß der dabei warum er das macht aber ist so wird auch so bleiben kann ich nicht ändern hier kommen jetzt die toiletten rein ihr dürft schön an die wand gucken zack 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 ihr dürft den einen zuschauen das ist echt gepresst presswurst vom feinsten und duschkopf hätte ich gerne einmal durchziehen alleine wenn ich mir überlege wie lange sie brauchen um hier diese toilette zu füllen oder zu bauen das badezimmer zu bauen das ist halt der hammer aber das sind ja auch ja mit rohren und so weiter und mit dem stein drunter mit den fliesen das ist halt ja das sind keine ahnung doppelt so viele produkte oder gegenstände wie überall anders so das dürfte eigentlich dürfte das genau passen ja das sieht gut aus ok sonst werde ich das nochmal nachziehen also wir haben das etagenbett und wir haben die toilette jetzt kommt hier noch billardtische rein und wie machen wir das hier so super schon wieder jetzt schon zwei todesfälle ist ja auch ein werter getötet nein ok halt du sollst da rüber und ja ich werde es ein bisschen übertreiben mit dem mit den ganzen billardtischen und den stühlen und büros und so weiter und so fort weil vielleicht kriegen wir noch ein paar Wetten hier rein das wäre natürlich supergeil mal gucken so bücherregale da soll auch noch einer hin ziehen wir jetzt mal durch das ist schon mehr als in den büchereien die wir ja haben also mehr bücher in den bücherregalen als wie in den büchereien da fällt mir gerade ein in der bücherei arbeiten ja nur leute die die allgemeinbildung abgeschlossen haben und da wir immer noch nicht einen haben der das überhaupt gemacht hat ja das backt halt also das backt halt wirklich keine ahnung wie ich das machen soll so da oben sind die ganzen wachen im kämpffiff gewickelt alter schwede jetzt hört mal auf die zu verprügeln hier da drüben soll eine tonne sein ja 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 natürlich natürlich das sagt ihr doch auch jedes mal da kommen die ganzen Toiletten angeflogen halleluja ach sind wir mal so nett und ziehen das durch dann können die wenn die auf dem Klo sitzen auch noch ein bisschen äh radio machen wir mal hier eine Reihe machen aber dann wo haben wir den schreibtisch wo haben wir den schreibtisch büro schreibtische dann kann sie beim arbeiten am büro schreibtisch ein bisschen radio hören machen wir jetzt mal zweierplätze schönes groß raumbüro so gehört sich das zack da sind natürlich auch Stühle ran die ziehen wir jetzt auch einfach mal durch die wollen sowieso alle in den Stuhl da dürfen nur die Außenplätze ihren Platz haben und in der Mitte wenn einer furzt sind alle weg dann ist der Platz wieder frei so auch jetzt fehlt noch mehr Radius zeigen die in die richtige Richtung diesmal dürfen sie dann auch nach links zeigen oh nein 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 jetzt ist die Frage habe ich irgendwas vergessen Fenster gehen sowieso nicht die kann ich nach draußen gucken Stühle haben wir und Maas Billardtische haben wir und Maas Radio, Fernseher vielleicht ein, zwei Fernseher noch aber dann kann ich hier unten auch noch ein paar Etagenbetten reinknallen diesmal mit Abstand und na komm ich sehe nichts wegen dem Todesfälle Bescheid so Aktenschrank ach so wegen dem Schreibt wegen dem Büro oder hm ich habe auf Fernseher gedrückt Mensch eine Reihe Fernseher auf die eine Seite Bücherregale auf die andere Seite und noch ein paar Radius diesmal so rum dann machen wir nicht da auch eine kleine Tanzfläche hin da hätte ich gern wieder Parkett und da sehe ich gerade da fehlt wieder einer zack Radio zack das haben wir dann hier und jetzt kommt hier nochmal da machen wir weiße Fliesen hin da machen wir ja ein paar weiße Fliesen so da ich nehme jetzt auch noch was vor da wo haben wir sie ihr werdet es vielleicht schon wissen was ich vorhabe wir bauen hier drin nochmal eine extra Dusche Gacken können die auch woanders wenn da nicht genug Toiletten sind und müssen sie das halt zurückhalten oder irgendwie auf den Boden machen oder was auch immer aber geduscht werden soll hier dann doch was habe ich hier jetzt weggerissen Radio war das ich habe jetzt ewig gebraucht um rauszufinden was das ist einfach nur weil ich zu doof war zu lesen so Objekte ich habe auf den Duschkopf gedrückt Mensch so 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 da haben wir das auch und da kommt jetzt Betonwand finde ich irgendwie interessanter jetzt als wieder mal die Backsteine zu nehmen also wenn ich nochmal was heißt wenn wenn ich die wenn ich die dritte Staffel starte so dann würde ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar Mods runterladen um das Aussehen des Ganzen zu ändern so ein bisschen futuristisch wäre für mich ganz cool 92 Häftlinge wow 56.000 kriegen wir da durch und das Ding ist noch nicht mal voll hier aber jetzt schon 850 850 die Betten sind alle aufgestellt aber es fehlt hier noch eine Wand da fehlt noch eine Wand und da fehlt noch eine Wand könnte ich ja eigentlich mal die Ziegelwand wegnehmen dann bauen sie erst das komplett fertig und dann gucken wir wie viele Häftlinge auf einmal kommen weil jetzt durch die Räume hier kommen hier nochmal 98 dazu 84 sind die 98 schon dazugekommen ne warum jetzt nur noch 84 boah ey ach weil schon ein Wagen durch ist oder wie sehe ich das 76 ja genau deswegen so und mal schnell auf Pause wir haben die Folge für heute schon wieder durch wir sind hier kräftig am auffüllen und ich muss hier unbedingt noch ein paar Gitter einfügen das machen wir dann in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuschauen gönnt euch mal als Bier haut rein Leute ciao